Hi Leute, willkommen zurück, hier bei Dead Island 2. Bin ich recyceln! Lizzie hat fast eine Herausforderung geschafft, wo es darum geht, ganz viele Waffen zu recyceln, deswegen sucht sie gerade ganz angestrengt nach einer neuen Waffe. Und hier gibt's keine. Und hat mich gerade mit ein paar Zombies allein gelassen. Fand ich nicht so freundlich von ihr, aber... Oh, äh, hallo, Sturmkotzer, Feuersturmkotzer. Warum hast du neben dir alles in Brand gesetzt? Kannst du mir das mal erklären? Weil es ein Feuersturmkotzer ist, der will sowas. Oh Gott, und der sieht übel aus. Der hat so eine Goldkette umgehabt. Krasserei bereit, warum? Was? Das ist eine Waffe. Willst du Excalibur mitnehmen? Ja, ich nehme Excalibur mit. Und Excalibur, es tut mir leid, wird jetzt... So, die ist jetzt recycelt. So. Uff, da habe ich Excalibur recycelt. Und ich habe eine Errungenschaft. Hast du wirklich eine Errungenschaft gekriegt oder nur die Herausforderung abgeschlossen? Die Herausforderung. So, komm, lass uns mal endlich in dieses Ding hier reingehen. Ich kann das nicht mehr, dass das hier die ganze Zeit so dunkel ist. Ich wette, das wird dann aber auch immer noch dunkel sein. Ja. Wir müssen von der anderen Seite. Ja. Oh, hier ist auch eine Tür. Ah, die ist zu. Nee, wenn man dann irgendwann diesen Bereich oft sehr freigeschaltet hat, kann man sich selber aussuchen, ob man Tag oder Nacht haben will. Oh, das wusste ich nicht. Das ist natürlich voll cool. Wenn man über die Schnellreise geht. Deswegen. Let's see if someone's up there. Ja, jetzt, let's see erstmal, ob wir hier noch irgendwelche leckeren Sachen finden. Hm, hm, was für leckere Sachen möchtest du denn finden? Ich weiß nicht, irgendwelche richtig geilen Waffen oder sowas. Da hätte ich nichts gegen. Wir haben hier auch irgendwo noch und ich glaube, dass hier ist der... Ja, ist der. Komm, komm, mit Schatz, komm. Ja? Komm, du kannst alles einpacken. Oh. Moment. Ähm, ja. Bist du auch diesen Narvoy? Ja, den höre ich auch. Okay, die eine habe ich entschärft. Wie, Mann. Gar nicht. Gut, danke. Gerne von mir. Ja, kein Problem, gerne. Gut, dass ihr in Mediket liegt. Ja, das habe ich auch direkt benutzt. Was ich nicht mitnehmen kann. Ja, jetzt. Hallo. Kann das da mal brennen? Also, abrennen. Ja, tut es. Es brennt, keine Sorge. Brenn weniger! Will da rein. Du kannst ja theoretisch eine Chemiebombe werfen. Chemiebombe? Dann wird es ja noch schlimmer, oder nicht? Nee, mit Chemiebombe hat Löschflüssigkeit drin. Ich weiß auch nicht, warum. Synthetikphase kann ich auch keine mehr mitnehmen. So. Oh. Dummbatz. Dummbatz, der Wunderhund. Taktisches Schwert. Oh, ja. Oh, schon wieder eine Breitachse. Ich kriege auch nur Breitachse. Egal, was ich mache. Okay, aber wir haben das hier zumindest abgehakt. Das ist schon mal gut. Können wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo den Narwal finden. Ja, der geht mir ein bisschen auf den Gates, muss ich wirklich sagen. Oh, guck mal, das ist ein Energydrink. Lecker. Ja, ich habe wirklich auf Aufnahmen gedrückt, okay. Ah, ja, ernsthaft? Hallo. Oh. Du waren. Ja, war er. Ähm, hier liegen Füße. Braust du Füße? Ähm, das ist böse. Warum? Überleg, wenn ich spiele. Oh, scheiße. Ähm, brauchst du einen Fuß? Ähm, so einen nicht. Nein, danke. Welche? Tür ist verschlossen. Ähm, guck mal. Lifeguards, save me, save me! Ähm, okay, save me. Dinner time. Sie laufen wieder. Ähm, nein. Hoffentlich gleich nicht mehr. Au. So, der eine ist down. Dann raten mich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mal gerade. Huhuhuhu. Ohoho, der eine ist fertig und weg. Au, 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 au. Ich bin tot. Schatz, du bist tot. Ja, ich bin so mitten von den Flammen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Alter, neue Aufnahmen. Und direkt wieder tot. So wie immer. Normalerweise ist das doch mein Metier. Ja, Ficklein. Hey, need some help over here. Muss man bitte erstmal aufstehen? War das für den bösen Spruch mit dem Fuß? Was meinst du? Über Kopfschmetterer, Fähigkeit. Dass ich deshalb so lange hier drin war? Nee, weil ich dachte, ich kann den Typen noch kaputt kloppen, wenn ich da genug Headshots mache. Aber da musste ich irgendwie nachladen und dann war ich selber fast tot und dann dachte ich mir, gut, weißt du... Oh, hier brauchen wir Randys Schlüssel. Randy? Randy? Marsch oder kennst du einen anderen Randy? Ja, ich kenn keinen anderen. Randy ist spinnend. Warte mal, ich schreib mir mal Randy auf. Randy ist ein Narwal. So. Davon bin ich überzeugt. Randy. Rettungsschwimmer Randy. Der Rettungs-Randy. Der Rettungs-Randy? Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das hört sich gut an. Der Rettungs-Randy? Ja. Würde ich mir hinten aufs Auto draufschreiben. Hallo Leute, ich bin der Rettungs-Randy. So, ich geh mal hier. Uh. Da kommen wir durch, dann geh ich hier erstmal außen rum. Da haben wir gleich ein Save-Point, da ist eine Schnellreisekarte drin. Rettungs-Randy. Rettungs-Randy. Schluss mit dem Gewinsel. Wahlgesänge, hier sind wirklich Wahlgesänge. Hallo, du hast mir die Tür schon wieder bei der Nase zugemacht. Dann nimm dir erstmal die seltene Nahkampfeinschläger-Mod. Seltene Nahkampfeinschläger-Mod. Und den allmächtigen Bundy. Allmächtigen Bundy. Ich habe es geschafft. Ich habe den Feuercheckpoint. Und dann machen wir die Wahlgesänge aus. Du musst zurück da und es unlocken. Was? Reed muss... Ruben? There is no one here. Dammit. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. Right. Well, I always liked the pier. And with this blood drive, you can get me out, right? Right. Just be careful. The pier was locked down, but Bundy had the key. Try to find him. Bundy. Okay. Dann schaue ich doch mal. Wir haben zwei neue Quests. Oh, wo? Wo, 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 wo? Venice Beach und Ocean Avenue. Okay. Wann machen? Oh, yes. Wir wollen irgendwelche Dinge ins Machen. Aufgaben, das ist das Wort. Yeah. Ich bin ein bisschen traurig, dass unsere Künstlerfreundin noch nichts weiteres wollte. Ja, ich auch. Also, ich muss tatsächlich sagen, ihre Aufgabe hat mir richtig gut gefallen. Aufgabe Ben. Die waren einfach so schnell um. Mmh. Ja, mir hat es persönlich nicht gefallen, dass man dafür so viel machen musste. Die hat uns ja dahin geschickt und dahin geschickt und... Richtig schlimm mit erhalten. So, warte. Da hinten ist was Rotes. Warte mal, komm mal mit, Schatz. Das ist nur ein Suchmenschen-Sticker. Komm mal hier. Wieso komme ich da nicht drüber? Diese Kack-Dinger. Das haben wir noch. Nee, wir haben auf jeden Fall zwei Dinger. Waren das dann die beiden von hier drin? Hier, warte, Suchmenschen. Den suchen wir dieses Mal. Davis. Der ist in der Digi-Welt. Ah ja, dann ist ja easy. Quest abgeschlossen. Hier können wir. Officer Wilson können wir aufmachen. Nur Bargeld. Ja, toll. Ähm. Maybe when there are human people out there, we'll sit and listen to Tan play for a bit. War das ein Freund? Oh. Also, Freundin hinsieht auf. Vermutlich. Wir sollten ihn alleine lassen. Ja, äh, wir sollten sie zu zweit lassen. Zu zweit alleine. Schatzi, möchtest du, möchtest du mein Souvenirkästchen öffnen? Dein, dein Souvenirkästchen? Hm? Wo denn? Das da? Oh, meine Verjüngung. Endlich habe ich Verjüngung gekriegt. Das wurde aber auch mal Zeit. Ja. Ich habe mich schon so alt gefühlt. Ich fühle mich immer alt. So, Tag. Äh. Oh ja, verkaufen. Ne? Verkaufen? Das ist gut. Vor allem muss ich mir meine Sicherung kaufen. Und dann habe ich mir auch mal zwei Medikits. Und dann auch ein bisschen Muni. Sicherung kaufen. Das ist auch was Gutes. Habe ich auch schon lange nicht mehr dran gedacht. Ah, so viel Sicherung brauchen wir ja gar nicht mehr, aber ein bisschen kann man immer gebrauchen. Das kommt weg. Oh, ne, das kommt nicht weg. Ähm. Ne, das behalten wir noch. Ich denke, wenn Ava gefunden hat, sie hätte auch weg. 23, 23, 24, kann aber auch weg. Warum hat sie mir gesagt? Die Hammer ist 22. Das One-Hit-Wonder. Behalte ich trotzdem mal. Ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit, dass ich meine Schusswaffen mal vom Level ein bisschen anpasse. Ja, ich bin auch hier gerade am... Ich meine, sie kosten zwar 18.000, aber wenn man nur knapp 600.000 hat, kann man sich das, glaube ich, mal leisten. Ja, ja, schon. Verstehe ich. Ähm, die muss ich mir noch herstellen. Mehr nicht? Okay, dann nicht. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Hier haben wir die Level-2-Mod drauf, aber eigentlich wäre es gar nicht mal so dumm, wenn ich da mal was anderes tun würde. Komm, mache ich hiermit mal ein bisschen Feuerschaden. Das, glaube ich, nicht schlecht. So, 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 ich bin, ähm, wieder bereit. Ich bin ja nicht ganz. Was habe ich denn noch drauf? Großkaliber. Okay, der ist gefounded. Martin Smith Oh, verdammt. Helpline. Wir haben gesehen, diese Leute. Joey Park. Lilly Bailey. Oh. Guy oder Sullivan. Ellie Taylor. Komm, Michelle. Das hier so. Javier. Abby. Lilly Bailey nochmal. Joey Park auch nochmal. Chris Marshall. Das hier. So. Okay. Health Defense with Katie. Ich bin soweit. Ja. Entschuldigung. Ich muss mir die Sachen durchlesen. Das ist in Ordnung. So, ab nach Wendes Beach. Okay. Verbet. Mussten wir da nicht eh was machen? Mhm. Ja, dann. Ein Abwasch. Müssen wir mal gucken, wo der Eingang zur Digi-Welt ist. Wahrscheinlich irgendwo in der Grundschule oder so. Nee, das war die Weiterführende, ne? Mhm. Grundschule würde ja, glaube ich, nicht... Das war der erste Part. Da waren die noch so jung, ne? Erste Part, erste Staffel. Bum bum. So, wo steckt Davis nur? Ja, wo steckt Davis nur? Äh, ich würde sagen draußen irgendwo. Das heißt, ich gehe schon mal raus. Hä? Schau, wer ist zurück! Ich bin ein bisschen irritiert. Aber okay. Davis wird mir da hinten angekommen. Das ist Erlind? Of course. And with style. Hallo? Wer bist du denn und warum kommst du direkt auf mich zu? Ich weiß nicht, ob ich das so nett finde von dir. Das weißt du ja wahrscheinlich selber nicht. Das war eine Sie. Ja, bitte. Wenn schon, dann richtig. So. Kaboom. Und dann kriege ich den Riegel. Heute wird gekriegt. Oh, Mannschaft. Äh, hinter dir, da befindet sich eine nette... Eine nette Dame? Ja, äh, eine nette Dame, die ganz, äh, viele liebenswürdige Stacheln in sich hatte. Hm, das mag ich sehr gerne. So, wo steckt Davis? Davis ist mit dem Bus gefahren. Warum bekomme ich den Sinn, dass du nicht den... Christ auf einem Pogostick! Suche nach Hinweisen auf Davis. Davis! Oh! Ah, er ist auf der anderen Pogost. Ich bin auf dem Weg zum Pier. Okay, aber hier, nimm das mit. Hm? Hier drin. Nö. Oder nicht? Da weinen, weil das ein Questding war, hast du das für uns beide gesammelt. Upsi. Ach, das war das selbes Ding. Ja. Oh, hier ist ein Freund. Erwege, die Button aufreißen. Was? Handbuch für Fahrer. Okay, das brauche ich. Das musst du mir zeigen. Kanalisation. Kanalisation! Wo ist denn? Bitte, die Säge. Ach, da ist mein Handbuch für Fahrer. Bist du denn jetzt ein Fahrer? Ja. Hast du dich denn hier wirklich... Hier komme ich nicht rein. Ähm, angemeldet. Ich weiß nicht, äh, ob du das richtig gemacht hast. Das weiß ich auch nicht. Hallo. So, genau. Mach du den Dicki. Mit deiner dicken Wumme. Nice. Was drobt er dir denn? Ein Jagdmesser. Schick. Ja, was kann man gar nicht gebrauchen? Jagdmesser. Perfekt. Ähm, bei mir hat er nicht mein Jagdmesser gedroppt. Das ist traurig. Wieder nichts. Falscher Bus. Davis-Haltestelle war an der Uferstraße nah am Pier. So, ich gehe einfach drüber. Ach so, der will uns jetzt wahrscheinlich nach Santa Monica porten. Ne, ich gucke mal ganz kurz nach, ob meine Vermutung richtig ist. Meine Vermutung ist richtig. Ja, ne, dann suchen wir erstmal nicht nach Davis. Dann holen wir uns erstmal die andere Quest. Okay, wo ist denn die? Am Strand. Am Strand. Dann ab zum Strand. Ich habe mir übrigens auch eine kleine Liste gemacht. Bezüglich der Tresore, die uns noch fehlen. Da könnten wir dann eventuell auch mal gucken. Verbindung getrennt. Das habe ich gesehen. Warum das? Weiß ich nicht. Ich bin aber wenigstens dieses Mal noch im Spiel. Hä? Also, dieses Spiel hat manchmal echt Probleme, muss ich sagen. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder ob es eventuell nur an meinem Internet hier hinten liegt. Ähm, ja. Aber das würde die anderen Sachen nicht erklären. Die wir alle schon hatten. Ja, das stimmt auch wieder. Leere Fähigkeitsslotze, da muss ich gleich mal gucken. Ja, es ist wieder da. Dann kommt gleich das Erschießungskommando um die Ecke. Ähm. Ne. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich habe gerade keine Zeit. Irgendwie habe ich gehofft, dass Lizzie mich geschützt. Ro-Roach! Roach? Papa Roach! Plötze! Ich muss mit Roach erschießen. Plötze ist tot. Ich habe seine Schlüssel geklautet. Gang Green Safe Schlüssel. Gang Green? Sind wir da schon mal? Ne, habe ich glaube ich nicht auf meiner Liste drauf. Könnte ich mich auch nicht dran erinnern. Gang Green? Müssen wir mal gucken, ob er da irgendwas... Ich fliege wieder raus. Bin wieder draußen. Hä? Und bin ungetrennt. Ich glaube, die Internetverbindung ist gerade nicht stabil. Oder wenn du, wenn du das Spiel mal neu startest. Äh, machen wir das so. Mal gucken. Roach kann mich gar nicht erinnern. Gang Green. Ich gucke mich hier während der Sniper mal ein bisschen um, ne? Mh, macht was. Strandwächter. Das ist ein paar Zombies. Ist jemand da drin? Töte die Zombies um die Rettungs... Um das Rettungswächter-Dingens. Rettungswächter-Dingens? Ja, Rettungswächter-Dingens. Meinst du, das Lifesaver-Dingens? Nein, Rettungswächter-Dingens. Rettungsschwimmer-Hütte. Habe ich doch gesagt, Rettungswächter-Dingens. Ja, Rettungswächter. Man kennt sich die guten Rettungswächter. So. Hä, ich verstehe es nicht. Gang Green. Ja, sagt man auch noch gar nichts. Vielleicht kommt das ja wirklich noch. Aber es muss ja für hier sein. Oh, hier sind die Rettungs... Ja, genau. Ich habe gewartet, bis du da bist. Ich bin jetzt sicher, Gott sei Dank. Ich bin? Ja, ich mache gut. Ich bin gut. Aber bist du okay? Du kannst mich ehrlich sagen. Ich bin Burt-Meichels, der Schwerpunkt des Lebensgeräts des Strip. Aber es ist die Verantwortung für die Leute wie Sie sicher. Oh Gott, ist das so? Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht mehr verletzt bin. Natürlich war es für mich um die Zömbi zu entfernen. Aber es bedeutet, dass ich... Ich habe die Gruppe von Straglers verloren. Ich habe mich über die Flüge gelegt. Du hast die Leute rausgelegt? Und du denkst, dass sie noch lebten? Ja. Sie müssen sein, richtig? Ich denke, dass die Flüge der Flüge ist jetzt. Und ohne einen Experten wie ich mit ihnen... Nein. Nein. Ich habe ihnen genug Zeit gekauft. Keine Werte. Oh, ich werte. Ich habe dir genug Zeit gekauft. Ich werde mich selbst sicher machen. Du wirst? Wow. Das ist großartig. Das bedeutet, dass wir die Suche verletzen können. Ich kann hier bleiben, wenn sie zurückkommen können. Natürlich. Ja, ja. Ja, klar. Ja, na dann. Da kannst du am besten hinrennen. Und nie wiederkommen. Naja. Ich... Du bist der richtige Kanal? Das ist Burt Michaels. Wenn du jemanden findest, kannst du mich auf diesem Kanal radioieren. Sie lassen mir wissen. Ja, Burt. Das ist ich. Ich bin auf meinem Weg zur Polizei. Die Station. Ja. Und jetzt erst. Ja. Überall die Ploodies. Dir geht's noch gut? Noch bist du drin? Ja, ja, ja. Ich, ja, erschieße hier. Gut, ähm. Zombies. Das ist sehr gut. was ist denn das hier explosiv vorteils karte auf zu den stores vielleicht finden wir auch gegen green vielleicht heißt ein geschäft hier einfach daran habe ich auch schon ok wir die area jens ist da Schnauze-Alarmanlage. Der gute heißt, äh, Jens? Nee, jemand aus Burt's Truppe, aber ich hab irgendwo nur was mit... Oh, neben dir? Ja, er hat mich schon. Ähm, das ist ein Ploody. Also ein anderer Ploody. Ja. Kann gerne hochgehen. Aber nicht schon wieder. Und der hat keine Batterie drin. Das heißt, die kann man nicht mal manuell ausmachen. Mach ich nicht mal mehr Muni hier. Ah! So, also Burt Reynolds, äh, also der eine Typ aus seiner Truppe. Vorsicht, da plaudet's gleich. So, der Typ is down. Er ist schon echt ekelhaft hier drin. Ja, du bist ja ein Feuerwehrmann. Natürlich bist du immun. Feuerwehr? Ich bin drin. Und tot. Und tot und bin. Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Ich muss mich gerade ganz verborgen. Oh, ich hab schon wieder den nächsten Scheiß da rausgekriegt. Ich krieg immer nur diese Breitachs. Egal woraus. Das ist doch schön, endlich. Ja, aber so wie ich früher immer die Messer gekriegt habe. Ich mag die Breitachs nicht. Also, die brauch ich nicht. Bringt mir nichts. Ja. Dann lass uns mal bei Burt nachfragen. Hey! Hey! Du bist, ähm, zurückgekommen, richtig? Ja. Und du besser noch da sein kannst. Was? Du denkst, ich würde jetzt runnen? Jetzt? Haha. Oh, oh, Christoph, eine Bisskette! Okay, okay, well, well, I can't right now, so please hurry! Ach, ein Dicker. Ich kann den ja schon mal aus den Halbern. Er hat schon mal ein Loch im Kopf. Zählt das? Das ist immer gut. Da kommt noch ein Kreischi dazu. Oh, okay, mein Müll ist schon mal tot. Ja, ich weiß, den hab ich erschossen. Den hab ich erschossen? Ich glaub, den haben wir beide erschossen. Ich weiß nicht, wer von uns den letzten Schuss gemacht hat. Wir haben auf jeden Fall beide drauf gelangt. Ich nehme es, wo ist das? Da. Hinter dem Auto ist Rollergirl. Oh, Rollergirl ist down. Oh, Rollergirl. Bei dir vielleicht. Möchtest du die haben? Nee. Hey, wo kommst du denn aber mal her? Madame Gia. Okay, Bert. Let's talk. Du hast alle zurückgelassen, Bert. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Ich weiß, ich hab mich verletzt! Schau, Burt, warum sagst du mir nur was passiert? Diese Gruppe war auf mich. Ich war ihre Heroin. Als die Freaks attackten... ... ich schlau... ... hier... ... aber jemanden musste, dass sie lebten. Nur eine Person, sie musste. Genau? Genau? Nur du, Junge. Schau, wir machen alle das Beste, wie wir können. Und sollten zu unseren Fähigkeiten stecken. Geh, geh dich an den blauen Krab. Es ist sicher. Und du hast Zeit, sich auszutauschen. Warte mal. Schrot brauche ich nicht. Okay. Das wäre erstmal alles, was wir hier tun können. Aber... ... ich weiß, dass wir noch... ... den Schlüssel von der Green irgendwas haben. Ja, wir haben einmal den Schlüssel von der Green Gang. Und ich weiß, dass wir... ... Moment... ... ich glaube noch... ... noch... ... drei Schlüssel uns theoretisch holen können. Ja, dann easy going! Da müssen... Wo müssen wir denn hin? Ungefähr? Ah, und dann können wir jetzt zu allererst... ... den Inferno mal grillen lassen. Ja, wenn du magst, können wir das gerne zwischendurch mal... ... ich glaube, der hat Lust, gegrillt zu werden. Ja? Ah, der muss mir aber ein bisschen... ... Zeit zum... ... zu... ... gerillt lassen. Er ist tot. Hallo? Wo kommst du denn hin? Da. Ah, was ist das? Ein Bo-Staben. So, Meckmalmö. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf die Promenade... ... und gucken, ob wir hier irgendwie... ... über... ... Gang Green... ... lesen. Mhm. Und bewegen uns dabei nach links. Leere Fähigkeiten Slots, ja, das weiß ich doch. Wenn man mal Zeit hätte. Buxen, nachher seens. Was tust du? Uh, uh. Sie explodieren. Ja, das habe ich mitbekommen. Die Frage ist aber, warum? Oh, da nehmen sie auch vorbei, ne? Ja. Was sollst du probieren? Das habe ich dann auch. War bloß nicht so gut. Hm. Deep Cuts. Ist denn hier immer noch kein Ding drin, ne, was man... Ne, ne? Deep Cuts safe. Immer noch nicht. Hier kann man immer noch keine Mission annehmen. Ist ja furchtbar. Danke für deinen Kopf. Pizza und Burgers. Ah, ein Feuersturmkotzer. Was machst du denn hier? Und der hat auch wieder die Goldkette um. Oh, no. So. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Komm, mach mal meins. Vielleicht sollte ich mal gucken, wo Gang Green ist. Gang... Gang Green. Ach, guck mal. Gang Green. Ja, warte, komm, bin unterwegs. Wir sind vorher aber noch nicht hier hinten lang, oder bin ich... Wir sind hier hinten lang. Hier hinten im Hinterhof haben wir den, äh... Ja, im Hinterhof, aber hier vorne sind wir nicht lang. Nein! Ich weiß nicht, ey. Ich meine, eigentlich waren wir da. Gang Green Schlüssel erfordert. Aber den haben wir doch. Den haben wir. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich irritiert. Ich auch. Oder haben wir nur einen Schlüssel für irgendwas da drin? Das kann natürlich auch sein. Alter! Das fände ich ja jetzt ganz schön verarschen, ne? Ja, ich auch. Hallo? Oh! Oh! Oh, Claudio McNaughty. Oh, da ist ja noch einer. Oh, noch einer! Danke! Bitte! Ah, hier ist Skater Boy! Skater Boy! Die haben wir auch noch nicht. Wat? Was? Ich konnte das Ding hier noch öffnen. Ja, ein Messerchen. Gang Green. Wie kommen wir denn da rein? Haarschaf. Okay. Ähm, ich hab hier jemanden. Wen hast du denn? Der hat was für mich. Einen Schlüssel für Strongman Kühlbox. Nice, die brauchen wir auch noch. Genau, äh, den wollte ich nämlich jetzt gerade holen. Bevor wir das Gang Green gesehen haben. Ähm, ich wollte gerade sagen, lass uns mal irgendwie halbwegs safe zurückziehen. Machen eine Aufnahmepause und ich guck mal, wo man den Schlüssel für Gang Green findet. Ja? Okay, äh, wo... Wollen wir denn erstmal hier Strongman dann holen, oder? Ja, können wir auch machen. Wo war das? Ich... Ich würde mich jetzt erstmal hier zurückziehen, wegen Aufnahmepause. Achso, willst du jetzt hier direkt? Okay. So, ja, ich... Hör mir das ja auch gerade an. Du hörst ganz schön laut, ne? Na komm, dann können wir das Strongman Ding holen. Wer die Alte hier eh noch labert. Als guckle. Ja, ich bin mit dem Kunden. Ja, ich bin mit dem Kunden. Dann geht's mir einfach. Ich bin mit dem Kunden der kundraut hin. Und dann geht's voll mit der Berge. Für was mich? Für was? Für wie ein Moran? Ja. Du bist so großartig, dass du nicht evenißt? Ich bin so großartig. Ja, ich bin klar gewesen. Wie ist denn das mit ihr? Los? Ja, ich bin klar. Ich bin so großartig. Oh, wie ist das? Die ich bin... Ja, eben. Ich dachte, du wärst mir da her. Hä? Was ist nicht noch mehr auf der Hand? Satsi, rechts! Rechts! Ach da! Ich hasse den Körper. Du musst wirklich sein kängigstes Schalscharakter. Wenn du zusammenspielst, ist sie absoluter Dreck. Entschuldigung. Nee, ähm, sie fällt so schnell, dass sie sich halt teilweise echt portet. Und diesen kleinen Pfeil wiederzufinden, ist absolut ein Biss. Haltet doch die Fressen hier beknackten Viecher. Ja, ab mit dem Kopf. Ach, jetzt werden ja immer mehr hier. Das war hier gerade so schön ruhig. So, Mann. Hier, hier, Schatze. Da drin war ich gerade. War das nicht? Nee, dann ist das hier. Wow, Streichkolben des Einschlagers. Einschlägers. Wurde es jetzt ziemlich ungünstig raus hier. Okay. Dann haben wir das. Da hinten ist ein Dickie. Ist er ein normaler Dickie? Kurzbring, er ist ein normaler. Ach, Mann. Warum rutsche ich denn da immer runter? Hello. Ich will mir in Sicherheit bringen. So. Ich bin jetzt hier oben in Sicherheit. Und damit können wir jetzt hoffentlich die Folgenpause einläuten. Ah, da oben. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, immer schön grün bleiben. Eure Green Gang. Bist du da hochgekommen? Bis denn.